Hey Leute, hier ist der Marc und willkommen zu einem neuen Kapitän-Skillungs-Video. Heute geht es hier um den Henry J. Hyde. Es handelt sich um einen deutschen Schlachtschiff-Kapitän und zwar ist es ein Event-Kapitän. Den konnte man in den aktuellen Feldzug freispielen. Ich weiß nicht, ob er irgendwann vielleicht nochmal anderweitig ins Spiel zurückkommen könnte. Vielleicht zum nächsten Halloween-Event nächstes Jahr. Das ist aber nicht bekannt. Und seine Basisfähigkeit ist außergewöhnlicher. Schrauber erhöht die Trefferpunkte ihres Schiffes, was auf jeden Fall eigentlich ganz nett ist. Wir hatten ja schon mal so einen ähnlichen Skill mit den amerikanischen Kapitänen, den Sims. Dieser hat ja quasi pro Stufe sozusagen Leben dazugegeben. Und dieser Kapitän hier bringt halt quasi prozentual vom Gesamtleben dazu, was natürlich nice ist. Allerdings, ja, wir können ja im Meisterschaftslevel 6 von 20 quasi skillen. Das heißt, wenn dieser vollgeskillt ist, müsste dieser theoretisch einen Wert von 6% haben. Und 6% ist halt nicht so viel Leben vom Gesamtleben, was dazukommt. Ist zwar ein bisschen was, aber es lohnt sich auf jeden Fall nur auf High-Tier-Schiffen, sage ich mal. Zum Beispiel auf einer Iowa, die 70.000 Leben hat voll ausgebaut, 6% dazu. Das müssten dann, wenn ich mich jetzt im Kopf gerade nicht verrechne, 4.200 Leben dazu sein. Was halt schon das Maximum ist, was man rausholen kann. Also alle anderen Schlachtschiffe haben ja ein bisschen weniger Leben aktuell. Es kann natürlich sein, dass da irgendwann nochmal mehr Schlachtschiffe mit mehr Leben kommen. Aber so groß ist dieser Effekt auf jeden Fall nicht. Aber wir schauen uns jetzt auf jeden Fall nochmal die Skillung an. Und zwar in der ersten Reihe haben wir einmal Arbeitsreichertag. Queringert die Ladezeit des Schadensbegrenzungsteams. Was natürlich nice ist. Das heißt, wenn ihr quasi brennt oder Wassereinbruch bekommt, dann könnt ihr halt einfach wieder schneller reparieren. Wenn ihr quasi permanent in Brand gesteckt wurdet und kriegt dann sozusagen ein bisschen weniger Brand- und Wassereinbruchsschaden. Das ist auf jeden Fall ein nicer Skill. Das ist ein relativ sicherer Skill. Das bringt euch einfach ein bisschen mehr über Leben. Und das ist natürlich immer nice mit einem Schlachtschiff, wo ihr natürlich auch gut tanken wollt. Und ja, von daher ist es auf jeden Fall ein schöner Skill hier. Als zweites hätten wir den flambierten Kanonier. Verbessert die Reichweite und Präzision der Hop-Batterie ihres Schlachtschiffes gegen ein erhöhtes Risiko, in Brand zu geraten. Dieser Skill, den kann man halt nehmen. Allerdings bin ich halt nicht der größte Fan davon. Von, ich sag mal, 10% mehr Brandwahrscheinlichkeit kann halt schon heißen, dass man halt dadurch halt vielleicht sterben wird, weil man einfach so viele Brände kassiert. Und bei höheren Wahrscheinlichkeit, dass man damit nicht mehr reparieren kann und dann halt abfackelt. Von daher, klar ist es natürlich nice. Ein bisschen mehr Reichweite nimmt man gerne mit. Genauigkeit, beziehungsweise die Präzision besser beim Schlachtschiff. Gerade bei den deutschen Schlachtschiffen, die relativ schlecht sind von der Präzision, ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, um den besser zu treffen. Und ich bin halt immer ein Fan von der Genauigkeit und von der Präzision und besserer Streuung und all so ein Kram. Aber dennoch ist es hier auf jeden Fall so, dass man auf jeden Fall einen ziemlich krassen negativen Aspekt hat. 10% mehr Brandwahrscheinlichkeit ist natürlich nicht ohne. Allerdings kann man das halt schon nehmen. Lohnt sich tendenziell aber eher, wenn man diesen Kapitän halt auch hoch gelevelt hat, weil dann quasi der negative Aspekt sozusagen nicht mehr größer wird, aber der positive halt ausbaut. Von daher würde ich den vielleicht nehmen, wenn ich halt den Kapitän auf maximaler Stufe hätte. Sonst würde ich hier wahrscheinlich Arbeitsreichertag nehmen. Und als dritte Alternative haben wir noch den Streithammel, verbessert die Torpedo-Ortung und verringert die Ladezeit der Hop-Batterie, was verdammt geil ist. Das kürzerer Reload vom Schlachtschiff heißt mehr Schaden und auf Kosten einer Reduzierung der maximalen Feuerreichweite. Das ist auf jeden Fall auch ein stärker Skill, wie ich finde. Es kommt halt darauf an, wenn ihr quasi ein Schlachtschiff fahrt, wo ihr einfach merkt, okay, die maximale Range, die nutze ich halt eh fast nie. Und ich sag mal, diese paar Prozente, die man jetzt hier runterkriegt, die sind mir egal. Dafür habe ich schnelleren Reload, was heißt, man kann halt öfter schießen, mehr Schaden machen und zusätzlich nochmal eine Absicherung, dass man die Torpedos ein bisschen früher sieht. Tendenziell würde ich aber schon sagen, dass die Ladezeit halt einfach das stärkste ist hier. Die Sichtbarkeit von Torpedos ist noch so nice to have, aber die Ladezeit der Hauptgeschütze, das ist halt ultra geil. Von daher würde ich wahrscheinlich sogar das ein bisschen abhängig machen von den Schiffen. Gerade jetzt, wo die Range, wo man selber merkt, okay, die Range ist jetzt nicht so geil, dann nimmt man dann wahrscheinlich eher so arbeitsreicher Tag oder sogar flambierter Kanonier. Und wenn ihr merkt, okay, die Range, das reicht mir, ich bin eh Brawn, zum Beispiel mit der Tirpitz oder Bismarck und ihr versucht eh reinzufahren und in der Nähe zu sein und ihr braucht diese Range nicht, dann nehmt ihr natürlich den kürzeren Reload mit, nehmt ihr den Streithammel, um einfach mehr Schaden zu machen in kürzerer Zeit. Dann kommen wir mal zu der zweiten Reihe. Dort haben wir einmal Stachelschwein erhöht die Reichweite, Präzision und Treffgenauigkeit der Secondary-Batterie, was natürlich nice ist. Gerade wenn ihr sozusagen auf den höheren Stufen fahrt, so mit der Bismarck oder mit der Tirpitz oder die Scharnas zum Beispiel, die kann man schon tendenziell auf Secondary spielen. Das liegt halt auch so ein bisschen am eigenen Ermessen. Allerdings, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich bin halt nicht der größte Fan von der Secondary, allgemein von Secondary-Builds, aber wenn ihr gerne auf Secondary spielt und diese auch gerade bei den höheren Stufen doch relativ viel Schaden machen können über Zeit, dann solltet ihr auf jeden Fall hier das Stachelschwein nehmen für ein Secondary-Build. Alternativ hätten wir jetzt hier noch einmal den rotierender Bohrer, erhöht die Drehgeschwindigkeit der Hauptgeschütze und den Schaden der AP-Granaten ihres Schlachtschiffs auf Kosten der Höchstgeschwindigkeit. Also das ist einfach nochmal, ist auch, ja, ist okay der Skill, sage ich mal. Ihr kriegt natürlich 3% mehr AP-Schaden, das heißt, ihr macht halt einfach 3% mehr Schaden mit euren Schiff, was natürlich nice ist. Zusätzlich habt ihr noch eine bessere Drehgeschwindigkeit. Allerdings verliert ihr auf jeden Fall Höchstgeschwindigkeit und das ist halt nicht ohne. Ich sage mal 7%, was wir jetzt hier verlieren, das ist halt wirklich, wirklich viel. Und da muss man sich wirklich überleben, ob man halt die Schlachtschiffe, die eh schon die langsamste Klasse mehr oder weniger im Game ist, dann in diese Geschwindigkeit noch einbüßen möchte. Ich persönlich würde es wahrscheinlich nicht machen. Von daher, es ist halt schwierig. Von daher schauen wir mal noch, was wir als drittes haben. Und zwar haben wir hier Ali-Dead. Ändert die Abprallwinkel der AP-Granaten ihres Schlachtschiffes. Das ist auf jeden Fall ein Skill, der ist gar nicht mal so einfach zu verstehen und auch relativ komplex. Ich versuche euch das einfach mal ein bisschen rüber zu bringen. Um euch das noch mal ein bisschen vielleicht besser zu erklären, habe ich unten, wie ihr gerade sehen konntet, noch mal ein paar Zahlen und ein paar Beschreibungen eingefügt. Und zwar 0 bis 30 Grad kriegt man sozusagen automatische Abpraller. Von 30 bis 45 Grad besteht die Chance auf einen Abpraller. Also da ist es halt so ein bisschen A&G mäßig. Also man ist halt vom Skill oder Glück ein bisschen abhängig. Und bei 45 bis 90 Grad sind es keine Abpraller. Und um es noch mal ein bisschen durchsichtig zu machen, es handelt sich um die Granaten von unserem Schlachtschiff. Das heißt, dieser Skill wirkt euch sozusagen nicht auf euer eigenes Schiff ab, sondern eure Granaten, wenn ihr dabei quasi Gegner beschießt. Also Mindestabprallwinkel der Granaten ihres Schlachtschiffes würde halt bedeuten, dass dieser Wert bei kein Abprall dazu gerechnet wird. Und garantierter Abprallwinkel der Granaten ihres Schlachtschiffes minus 1 Grad würde quasi bedeuten, dass dieser Wert zum automatischen Abpraller hinzugerechnet wird. Das ist halt mehr oder weniger die Beschreibung von diesem Skill. Ich hoffe, ich konnte das soweit verständlich rüberbringen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es halt wert ist, diesen Skill zu nehmen. Wie gesagt, alle drei Skills kann man durchaus in dieser Reihe nehmen. Definitiv Stachelschwein halt, wenn ihr auf jeden Fall Secondary spielen wollt. Rotierender Bohrer, wie gesagt, ist halt die Höchstgeschwindigkeit ein großes Manko. Von daher tendenziell bringt euch dieser Skill, dass ihr halt in manchen Situationen einfach ein bisschen mehr Schaden austeilt. Nicht euer maximaler Schaden sozusagen höher, sondern einfach, dass ihr einfach bessere Chancen habt, nicht beim Gegner abzuprallen. Und ja, von daher würde ich sogar in dieser Reihe, weil es diesen Skill halt auch sonst nirgends gibt und diesen Käpt'n halt auch besonders macht, hier auch an der Stelle mal nehmen. In der dritten Reihe haben wir einmal den Feuerwehrmann, verringert das Risiko eines Brandes und reduziert die maximale Zahl der Brände auf 3, verringert gleichzeitig die Ladezeit des Schadensbegrenzungsdienens, aber auch dessen Wirkungsdauer. Dieser Skill an sich ist meiner Meinung nach schon ziemlich stark. Ist halt ein sehr defensiver Skill, weil, ja, wenn ihr quasi niemals 4 Brände bekommt, dann ist es euch ja quasi egal, dass ihr maximal 3 kriegen könnt. Aber ich finde halt schon diesen Skill ziemlich nice und gerade bei den deutschen Schlachtschiffen, die gerne brennen, kann man diesen hier auf jeden Fall nehmen. Was ein bisschen negativ ist, ist natürlich die Dauer des Schadensbegrenzungsteams, dass man halt wieder schneller brennen kann. Allerdings finde ich diesen Skill eigentlich ziemlich stark. Alternativ hätten wir aber auch noch Treffsicherheit, was halt auch geil ist. Erhöht die Präzision der Hauptbatterie ihres Schlachtschiffes auf Kosten einer Verschlechterung der Ruderstellzeit. Natürlich eine bessere Streuung heißt, dass eure Kugeln halt genauer fliegen und ihr halt höhere Chancen habt, dort zu treffen, wo ihr halt auch hingezielt habt, was natürlich immer nice ist. Das heißt, ihr werdet damit halt auch mehr Schaden machen. Da würde ich halt auch wirklich nach persönlichen Präferenzen verteilen. Ich finde beide Skills definitiv gut. Feuerwehrmann würde ich halt an eurer Stelle nehmen. Wenn ihr merkt, okay, jetzt bin ich schon wieder mit den deutschen Schlachtschiffen abgefackelt, ich brenne zu oft, dann würde ich auf jeden Fall hier den Feuerwehrmann nehmen. Und wenn ihr quasi eigentlich nie Probleme habt, dass ihr wirklich viel brennt, dann solltet ihr auf jeden Fall hier die Treffsicherheit nehmen. Ich bin aber wirklich eher so der Fan, der halt ein bisschen defensiver geht, gerade bei Schlachtschiffen bei der Skillung, weil ich bin der Meinung, dass Schlachtschiffe wirklich auch gut tanken sollen. Und von daher nehme ich jetzt hier mal persönlich den Feuerwehrmann, aber beide Skills sind auf jeden Fall ziemlich gut und stark. Und wir schauen uns jetzt mal nochmal die vierte Reihe an. Dort haben wir den Mechanikermeister erhöht, die Menge an TP, die durch das Verbrauchsmaterial Reparaturmannschaft wiederhergestellt wird, verkürzt seine Ladezeit und fügt weitere Ladungen hinzu. Diesen Skill finde ich persönlich halt einfach immer sehr, sehr strong. Das macht halt wirklich sehr viel Unterschied, was halt das Überleben angeht. Das ist halt natürlich dann auch sinnvoll für das eigene Team, wenn ihr quasi länger lebt. Einmal habt ihr halt eine schnellere Ladezeit, das heißt, ihr könnt quasi die Reparaturmannschaft wieder nach dem Drücken sozusagen schneller einsetzen. Zusätzlich ist die Menge der wiederhergestellten Trefferpunkte halt erhöht, was natürlich euch mehr Leben zurückbringt. Und nochmal on top als dritter Wert, da kriegt ihr quasi eine weitere Aufladung dazu. Das heißt, ihr könnt nochmal 5.000 bis 10.000 Leben zusätzlich nochmal hochhieren. Was Mechanikermeister, ich liebe einfach diesen Skill auf Schlachtschiffen. Ich finde den so stark. Und den würde ich auf jeden Fall jetzt hier auch skillen. Alternativ hätten wir noch den Notfallexperte. Beringert die Ladezeit des Verbrauchsmaterials, Schadensbegrenzungsteam, aber auch dessen Wirkungsdauer. Ist halt auch ganz nett, sage ich mal. Ihr könnt halt quasi wieder ein bisschen schneller reparieren. Ist halt so ein bisschen der schlechtere Skill von Arbeitsreichertag. Das ist ja auch ungefähr die Wirkungsdauer, bloß halt ohne negativen Effekt. Hier ist halt noch der negative Effekt, dass ihr quasi wieder schneller brennen könnt. Und das haben wir ja auch schon bei den Feuerwehrmannen hier. Und von daher, wenn ihr beides nehmt, dann geht das halt auf minus 60 Prozent runter. Das heißt, nach dem Reparieren könnt ihr mehr oder weniger fast instant wieder abgefackelt werden, was natürlich sehr nervig ist. Und ich würde auf jeden Fall nicht beide auf jeden Fall nehmen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt Treffsicherheit habt, dann könntet ihr theoretisch den Notfallexperten nehmen. Aber ich finde einfach Mechanikermeister so viel stärker. Von daher, selbst wenn ihr euch hier für Treffsicherheit entscheidet, würde ich auf jeden Fall den Mechanikermeister in dieser Reihe nehmen. Dann kommen wir noch zu den legendären Skillen. Dort haben wir einmal Scherenlauf, verbessert die Ruderstellzeit und die Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterie, was natürlich geil ist. Auf Kosten der Treffgenauigkeit, was natürlich schlecht ist. Gerade die deutschen Schiffe sind halt schon relativ ungenau. Und wenn man jetzt nochmal quasi die Treffgenauigkeit verschlechtert, sozusagen mit diesem Skill, dann trifft man halt noch weniger. Und ich bin da wirklich nicht so ein Fan von diesem Skill. Klar, ein bisschen bessere Ruderstellzeit ist nett. Ein bisschen mehr Drehgeschwindigkeit ist halt ganz nett. Aber wirklich die Streuung der Hauptbatterie möchte ich dafür halt nicht opfern, wenn ich ehrlich bin. Und alternativ hätten wir noch Weitsicht. Erhöht die Erkennbarkeit, Erkennungsradius für gegnerische Torpedos, aber verringert die Ladung des Verbrauchsmaterials. Reparaturmannschaft. Und zwar dort kriegt man halt eine bessere Sichtbarkeit von Torpedos, was natürlich nett ist. Ist nicht geil, aber ist nett. Aber wir haben halt hier auch wieder so einen krassen negativen Aspekt. Und zwar die Ladung der Reparaturmannschaft. Das heißt zum Beispiel der dritte Punkt von dem Mechanikermeister, der wäre sozusagen aufgehoben, wenn wir jetzt quasi die Weitsicht sozusagen nehmen würden. Wir würden dann wieder eine Ladung verlieren, was ich halt nicht gut finde. Also ich finde es wirklich ein bisschen schade. Meiner Meinung nach sind beide legendäre Skills wirklich nicht geil. Also ich würde vielleicht sogar, selbst wenn ich jetzt hier den Kollegen auf Legendary hätte, würde ich halt eventuell sogar überlegen, einfach keinen von den Skills zu verteilen. Weil ich finde einfach, bei beiden Skills überwiegt der negative Aspekt den positiven. Und von daher würde ich halt wirklich keinen legendären Skill bei diesem Kapitän aktuell nehmen. Schreibt es auf jeden Fall auch immer in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Gerade bei Schlachtschimpfen bin ich halt immer bei den Legendary Skills halt immer ein Fan von Wille zum Wiederaufbau. Aber Ehrenlauf und Weitsicht finde ich einfach beide nicht gut. Das ist halt einfach so. Und von daher würde ich halt auch einfach keinen Punkt, selbst wenn ich es könnte, hier verteilen. Klingt zwar jetzt ein bisschen doof, aber ich bin der Meinung, dass ihr da besser dran seid. Wie gesagt, situationsbedingt kann euch natürlich das was helfen. Und ich sag mal, klar, ihr könnt vielleicht bei Weitsicht mal ein Torpedo dodgen, weil ihr den früher seht. Und ihr benötigt in der Runde einfach nicht diese zusätzliche Reparaturmannschaft. Aber ich weiß halt nicht. Also bin ich halt einfach kein Fan von beiden Skills und würde halt wirklich den Legendary Skill einfach unverteilt lassen. Weil sobald man einen von beiden mal verteilt hat, dann kann man, man kann ja sozusagen, ich kann jetzt hier nur noch hin und her wechseln meinen Skills. Sobald man halt einmal einen gewählt hat, kriegt man den Punkt halt nicht mehr raus. Von daher, ja, würde mich auf jeden Fall auch eure Meinung dazu interessieren. Aber das ist halt meine persönliche Meinung. Nach meinem Spielstil würde ich das halt beides nicht nehmen. Dann kommen wir noch zu den Inspirationen. Dort würde ich auf jeden Fall als erste Inspiration den guten Andrew Cunningham nehmen. Dieser macht nämlich eure Präzision der Hauptbatterie ihres Schlachtschiffes sozusagen besser. Was natürlich geil ist. Gerade die Deutschen haben Probleme zu treffen. Und wenn ihr diesen Bad buffen könnt, verbessern könnt, das ist auf jeden Fall richtig nice. Von daher wäre, egal was für ein Bild ihr fahrt, also ob ihr auf Secondary geht oder Genauigkeit, diesen Kapitän würde ich auf jeden Fall nehmen. Bei der zweiten Inspiration haben wir aber einige Alternativen. Wir könnten natürlich, wenn ihr quasi auf Secondary geht, dann könntet ihr zum Beispiel den Franz von Hipper als Inspiration nehmen, um einfach eure Reichweite nochmal zu erhöhen. Allerdings gibt es halt auch nochmal, ja, wenn ihr auf Genauigkeit und ein bisschen Tarnung gehen wollt, könnt ihr auf jeden Fall auch, was ich persönlich sehr stark finde, und zwar den Nobutake Kondo nehmen. Dieser verbessert nämlich die Tarnung ihres Schlachtschiffes, was halt immer geil ist. Besserer Tarnwert, egal welche Klasse, Zerstörer, Kreuzer, Schlachtschiffe, ist immer geil. Es gibt halt wirklich keinen Nachteil, den ihr dadurch bekommt. Und das ist halt verdammt wichtig, dass ihr die Möglichkeiten habt, mit jeder Klasse in bestimmten Situationen euch zurückzuziehen und wieder zuzugehen. Und gerade beim Schlachtschiff, wenn ihr quasi zugehen könnt, ganz viel Schaden gefressen habt, auf 10.000 Leben runter seid, und ihr schafft es halt, durch diesen Kapitän zuzugehen und dann eure 3, 4 Reparaturmannschaften rauszukriegen, hielt ihr euch halt nochmal um 30, 40.000 Leben hoch. Und das ist natürlich verdammt strong, dass ihr da einfach besser aus brenzlichen Gefahren sozusagen rauskommt. Das ist auf jeden Fall sehr stark. Ihr könnt aber allerdings auch, wenn ihr quasi auch bei dem ersten Skill wirklich auf Streithammel gegangen seid, um euren Reload runterzusetzen, könnt ihr natürlich auch nochmal den Charles Madden als Inspiration nehmen. Dieser hilft euch dann nochmal, die Ladezeit der Hauptbatterie zu senken. Und zusätzlich hat er auch nochmal den Effekt, dass die Drehgeschwindigkeit der Haupttürme nochmal verbessert ist. Und ja, so würde ich das auf jeden Fall von den Inspirationen nehmen. Es gibt nochmal den einen oder anderen, den ihr auch noch nehmen könnt, aber das sind auf jeden Fall meiner Meinung nach die stärksten für diesen Kapitän. So, und dann sind wir auch schon wieder beim Ende. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, hier bei den guten Henry J. Hyde ein bisschen erstmal den 1 Skill zu verstehen, der wirklich sehr komplex ist. Und der eine oder andere wird den halt auf jeden Fall nicht verstanden haben, was das jetzt überhaupt heißt. Und ja, ist auf jeden Fall ein netter Kapitän, sage ich mal, mit seiner Basisfähigkeit. Ich würde halt trotzdem, glaube ich, den Celiaks eher nehmen, gerade für Secondary Builds mit Hipp als Inspiration. Aber ist auf jeden Fall ein schöner Kapitän, gerade wenn ihr vielleicht diesen deutschen Kapitän, die Schlachtschiff-Kapitänin, noch nicht habt. Könnt ihr auf jeden Fall den Henry J. Hyde richtig gut nutzen. Schreibt es auf jeden Fall auch nochmal in die Kommentare, was ihr wirklich zu den Legendary Skills sagt, weil, wie gesagt, ich würde diese wirklich unverteilt lassen, weil ich beide halt einfach zu krass negativ finde von den Aspekten. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn ihr auf jeden Fall andere Kapitän-Videos sehen wollt, schaut auf meinen Kanal nach, dort findet ihr einiges. Würde mich wirklich freuen. Lasst ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut auch auf Twitch vorbei, ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.